Was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast Stream Mit dabei ist mein Koffer Sam Sag mal Hi Hallo Hallo Ich hab... Du bist hoch? Bei mir ist hier ein Tina Habst du sie gerüttet? Du brichst das ganz leise, oder? Doch Komm, Kellen entziehen, Silber! Silber durch mitkommen So ist es tot Ich hab den Z geschrieben Ah, hallo, das da will Ich hab den Zettel Oh mein Gott, mein Gott Du kriegst ein Like Wo ist der Neustartsbuss? Hallo Ich neustarte dich einfach Das Team ist halt richtig verzögert Aber komm, wo ist der Neustartsbuss? Hallo, RDB-Live Ich kenn dich zwar nicht, aber hallo Wir kommen jetzt hier Haben wir den Zuschauer? Jaaaa Der Typ heißt RDB-Live Ah, wir können jetzt versorgen Wir würden so zur Zone sterben Wir finden die Zuschauer Wir haben Zuschauer, wir sind so gut Kommt drauf auf den Tresor Nein, ich sterbe nicht Du kannst Ich hab die Zuschauer Ich hab die Zuschauer Ich hab die Zuschauer Ich hab die Zuschauer Ja, wenn du stirbst, ist das nicht mein Problem Ich will lieber Save Winter Ich will lieber Save Winter Ich hab die Zuschauer, Alter Äh, stirbst du jetzt? Nein Kennst du Leon Was für, nein Ich kenn Leon Bro Aber nicht Kennst du Leon 350 A? Nein, ich kenn nur Leon Bro Der hat meiner App Freundesdorf Ich auch Also noch nie von so einem Leon gehört Ach, da gibt's hier ein Jump-Hit Holst du das Jump-Hit noch? Ja, ich hab es ja Hast du ein Raket noch? Hast du ein Raket noch? Hier ist kein Rocket Launcher Leider Okay, schade Ja, ist ja nicht schlimm Das ist denn nicht Fuck'n'Zone Also Einen Boom-Bogen? Einen Boom-Bogen? Erkennst du zufällig mal einen Broder? Scheiß auf den Boom-Bogen Hamme RDB-Live kennst du zufällig mal einen Broder Whatever Was kannst du denn noch weg? Ja, okay, ich komme Ich komme Jump-Hit Ich muss auch kommen Jump-Hit, sorry Nein Nein, nein Mach nicht Doch irgendwie Dann steht ich an der Zone Ja, okay, dann mach lieber Warte Warte Ich hab Mad Kid 1 Ich hab rein Ich hab 100 Schild Fuck, ich muss auch Hoffentlich gefällt dir das Spiel und so Wir sind jetzt nicht die Besten, sagen wir ganz ehrlich, aber wir sind jetzt auch nicht Wir sind jetzt auch nicht Hier ist ein Boot, komm mit Da vorne ist, glaub ich, ein Boot Kammer Okay Nein, ich bin auf dem Baum, der Ball hat mich gerade blockiert Nein, nein, ich hab keine Command Ich weiß Hä, er schreit Ausrufezeichen Epic, hä? Ich hab keine Command und so Voll sicher Äh, bist du bei mir? Moment Moment Ich muss die Mad Kid Ich brauch die Mad Kid Und der schon ab Ich hab nur gar wenig Mir war doch nicht Komm, sag ein Ich hab ihn gelernt Aua Ich weiß nicht, wie das geht Das fällt aus, wo wir treffen Okay, ich weiß nicht Ähm, ob Hä? W- wat? Oh nein, ich bleib doch nicht aus Ich sterb an Zone Ich hab auch ein Ich hab auch ein Hallo, Vater, mich das Ja, ich muss drehen Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht drüber machen Warte Ich bin da, ich bin da Wieso? Wieso? Ich hab nicht drüber 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 Ich weiß nicht, aber Ja, das geht gleich von meinem Text. Ich würde mein Epic-Name ist... Warte, schreibt mir das auf. T, rotes T, R, I, Doppel, P, L, Z, rotes Doppel, ohne Wertzeichen, dann A, dann Y, dann unter sich, und dann ähm... Y, dann T, also Y, dann T oder T. Leo... Dann geht jetzt der Ice Cream? Keine Ahnung, solange wir Spaß haben. Das hat aber unterschiedlich. Ah, zieh der mitgefallen. Ich hab dir meinen Armbruch verbiert, also... Ah, ich will im Stream jetzt nicht, äh... Team-Spiel, ich halte in den Z-G-Spiel, in Chile, du... Wo ist das? Wo ist das? Ich will mit seinem bester Name. Davon ihr gedacht, was du mit mir machen? Das ist eh, aber mein... Wenn ich heute ausmachen muss, weil meine Mutter kommt, ne? Wenn meine Mutter dann im Auge macht... Okay, warte, du kannst dich trotzdem ändern, dann kannst du nachbelleistend spielen. Hi, Julian ist auch da, drei Zuschauer am Start! Ja, ihr dritte Zuschauer? Oh mein Gott! Noch ein Zuschauer und dann hab ich mein Zuschauerrekord gebrochen. Oh mein Gott! Ich guck dir, ich guck dir gerade zu, ne? Deswegen, ich guck dir auch zu. Ja, danke, Eva Mann. Du musst dir uns selber zugucken. Könnte noch ein Volker landen, dann hab ich mal das erst mal für Zuschauer. Du sollst eine Freundin fragen? Ja, und frag mal all deine Freunde, dass du mich abonnieren willst. Ich guck dir, ich guck dir. Oh mein Gott! Dieser RDW Live, also dieser Leo teilt den Stream! Oh mein Gott, Digga! Ehrenmann des Todes! Leute, nicht wundern, wenn wir, sag ich mal, sterben und wünscht dann von der Vorfreund, wenn ihr noch die Leitung guckt, weil der Stimme halt ein bisschen verzögert. Ja. Ich hab keine Ahnung, was ich verstanden habe. Einfach nur von Ich hab keine Ahnung, wie mein Stimme verzögert. Aber weil, sie hat keine gute Worte. Ich bin auch nicht mehr für uns. Wir haben gewonnen. Ich hab einen Löffnern. Da, wie sie lebt. Ich guck grad in den Stimme-Zugfeld. Oh mein Mann, der Stimme ist so ein bisschen, ich glaub Julli. Oh, er ist wieder da. 8 auf den Zulner also kann er und schreibt einfach den Namen des Stimmts sein also ich glaube wir haben uns haben wir sind weiter als erneut die Welt und die wir nicht wissen beide das ist ein Baum kann aber noch mal weiter freund wir tun mit zum Glück ist unsere um und unsere Gruppe auf Privat und würde uns jeder Freund rein sollen Zeit geteilt auf Insta er hat es geteilt auf Insta mehr war dort wenig geht mal der Ehrenmann all das ich mehr und bin ich weiß es geht der Moderator alter ich freue mich grad so ne es hat noch ein bisschen ich muss leider den Film ausmachen weil sonst ist mein Akku oder ich weg meine Mutter dann kriege ich wieder Ärger von meiner Mutter warum bist du am Handy wenn du anrufst auf das Ding ah Julia hat auch sie gefällt danke hast du AR Munition ich hab noch 20 Schuss du hast noch eine 20 AR ja mittlere mittlere ich hab noch eine 20 ach so danke ja die Runde zugegeben RTV live sagt so egal ich hab noch einen Zuschauer guckst du wieder zu hallo hallo ich hab zwei Zuschauer hallo 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 ich grüße die grüßen dich und er die die Leute die die 3 oder 4 die grüßen euch beide ja natürlich 9 ich bin ich bin Alta, Zuschauerrekord, Zuschauerrekord, ich hab hier Zuschauer. Never. Okay, jetzt noch mal wieder für jeden Tag. Hab jetzt fünf? Jetzt hab ich nur noch drei. Hey, bei mir steht vier. Weil ich ja drauf gegangen bin. Ach, ist mein Freund. Oh, Ehrmann. Oh mein Gott, die Größe geht raus von meinem Freund. Hey, jetzt mal auf zur Schießen bitte. Ich weiß nicht, ich kann... Oh, jetzt ist er schon mal wieder! Siehle! Warte, haben wir auch zu schießen, was wir dir machen. Ey, Bananen auch, also wissen Sie, wo der ist? Wissen Sie, wo der ist? Such ihn selber. Wir haben keine nicht so guten Waffen. Und wir wollen halt nicht in der ersten Runde draufgehen. Deswegen machen wir eine kleine Kämpfe und nachmachen, gehen wir ein bisschen auf Hilfe. Die haben dort einen Wörterplatziert. Ja, wir gehen nächste Runde wieder, aber also Rick ist unser Lieblingslanderort zu sagen. Und wir brauchen... 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 Und wir brauchen die Pfeifen, Pfeifen. Darf mal schießen. Ach so... Ich musste ja den Account... Nein! Ich musste den Account meiner Mutter gerade einladen, sonst kann ich dann nicht streamen. Also Joshes Account. Und dann... Jetzt kriegt meine Mutter... Also... Joshi kriegt Einladungen in GTA, obwohl er nicht spielen kann. Meine Mutter spielt halt immer GTA. Oh mein Gott! Leute... Schieß doch nicht! Du schießt wirklich jedes Mal! Oh mein Gott! Ich mach doch keine Angst! Ich mach doch keine Angst! Sorry, dass ich grad kein, aber wir freuen uns grad, dass wir so viel Support kriegen. Also... Wir, weil er grad im Stream die Idee ist, sozusagen. Might. Mir ist auch egal... dass Standards... Casual mal 500.000 Zuschauer hat oder 5 Millionen AUS hat! Für uns ist das schon ne gute Sache! Ja. Cool, das ausgeben kannst! Also willst du auch Fortnite streamen oder bist du auch streamen oder wie willst du streamen oder willst du streamen? Oder? Du wolltest einfach sagen, dass das gehen kannst. Hello, der Name ist ja voll cool! Also, hallo! zwei Leute nur noch da. Egal. Der findet seiner auf den Kiln. Nein, und sonst kommen die auf uns. Ist das dein Ernst bitte? Ich hatte schon die AIM, sorry. Ich bin nicht so gut, Leute. Wir müssen wissen. Schau mal auf mein... Ich würde den so gerne, ey, mit meiner ATA aufbauen. Kann ich machen, aber ich hab da kein Handy dabei oder so. Also ich hab das alles. Da hab ich nicht. Könnt ihr Crea, Crea machen. Wir haben gesagt, Screen. Die Z «Kurse, wir müssen draufgehen. Musiker enjoybalancedien. 9 müssen wir müssen auf den Füßen von den Westen die Wüte kommt auch die Mönchung Kuhn mit dem es ist gut das haben wir ein paar bei mir und sie können kommen im waldschwimmer sagen wir mal und jetzt ist es gleich so weiter anziehen geht es der hält der verabschied der hält herrn er macht so lange nicht kann man gar keine achte schaffte erhält ich melde wie ein alter, er hackt. Er hat einfach 18 Kills. Schreib mal eins in den Chat, wenn euch das ihm gefällt. Mh, er hackt. Na, wo ist das? Okay, willst du fair machen oder willst du nicht? Sam willst du crashen? Oh, eins. RdW Life hat eine Eins in den Chat getrieben. Oh, er spammt mit Eins in den Chat. Musi hat auch eine Eins. Geil. Lass noch ein paar Runden Dings und ein Crea machen. Eins in den... Oh, drei Zuschauer. Geil. Eins in den Chat. Eins, eins in den Chat. Alge. Ist Spaß. Lol, Sam, ich hab einfach drei Zuschauer. Sam? Wird's noch da? Hello, mein Mikrofon geht nicht. Hello, Sam? Ja, Sam, ey. Hello, ich hab die Sprachzeit deactiviert. Ich verlass kurz, dann komm mal wieder an deine Gruppe. Nee. Was ist... Ich lach ihn über... Nee. Warte. Schreib mal in den Chat, ob man Sam hört. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, okay. Schreib noch mal den Epic-Namen in den Chat. In den Chat. In den Chat. In den Chat. Leo53a. Sam, hörst du mich? Ich versteck uns der Party. Dann hört ihr den Spiel-Sound an. Ich komm mal an. Na. Ja, aber... Wir spielen du, du kannst du mitmachen, wenn wir kreativ spielen. Äh, Sam? Ja, jetzt... Mein Sprachcheck ging nicht. Ich lass mal wieder Party verlassen. Ich will keinen Bock auf Party. Na wohl... Äh, wollen wir Teamspielen mit dem ein Zuschauer? Okay. Ja. Okay, verlassen wir damit wir... Spielcheck genug. Na wohl? Ja. Nachspielen. Achso. Leo50a. Äh, Julian ist nicht schlimm... Warte, Julian ist nicht schlimm, dass du auswachen musst. Auf jeden Fall. Ja. Trotz... Nein, Julian muss auswachen. Nein. Hey lol, ähm, RGB-Live hat meine FA noch nicht angenommen. Ich hab über Fortnite-FA gesendet. Ja, ich hab ihn über Fortnite-FA gesendet. Playstation-Freunde hätte ich nicht so gerne, muss ich sagen. Egal, wie nett ihr seid. Ich hasse es, Playstation-Freunde zu hätten. Jaaa, aber dich kenn ich ja jetzt schon länger. Ich muss erst ankommen. Achso. Nimm danach an. Lasst euch kurz Party verlassen, okay? Ich weiß halt nicht, ob man mich hört, leider. Einstellungen... Sprachzeit an, offene Fiko... Gruppe... Äh, Sam? Sam? Hallo? Hä? Was? Ich spiele Solo, ich spiele. Wieso Solo? Ich spiele mit ihm. Ich spiele mit ihm. Es geht, es geht... Ähm, du... Ähm, es geht nicht mit euch, ich spiele. Sam? Warte, hörst du mich? Ja, ähm... Ich weiß nicht, ob man dich im Stream hat, warte... Äh, halt mal kurz die Playstation-Taste gedrückt. Äh... Dann siehst du da ja so Party und so alles, ne? Dann geh Party und drück einmal Fall-Taste nach rechts. Und dann steht da einladen, Party, Privatsphäre und so. Dann geh mal zum Party-Wildschirm. Ähm, es haben halt die Playstation-Taste gedrückt, dann mal Party, steht da Chat-Audio, zum Party-Wildschirm, Party verlassen. Und dann steht da einladen, zusammenspielen, Charplay und so. Dann musst du auf Party-Einstellungen gehen. Und dann steht da, da eben zulassen, dass deine Stimme geteilt wird. Dann musst du immer zulassen, dann hört man das live-Extreme. Ja, ich weiß nicht, ob man nicht mehr... Schreib mal in den Chat. Schreib mal eins in den Chat, wenn ihr ihn hört. Schreib mal eins in den Chat, wenn ihr ihn hört. Schreib mal eins in den Chat, wenn ihr ihn hört. Schreib mal eins in den Chat. Hallo, 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 hallo? Ja, er hat dreimal Hallo gesagt oder so. Schreib mal eins in den Chat, wenn man ihn hört. Milo ist da gerade vorbeigetreten. Ach so. Hallo, Senjan oder Milo, wir sind gerade live auf... Oh, er hört uns nicht. Wir können auch nicht spüren. Hört man mich? Hört man mich? Warte. Ma... Man hört mich, man hört nicht, wie da... Ja, ich weiß, jetzt sind meine zwei anderen Freunde beigetreten. Wo brauche ich gerade gar keinen Bock an? Kannst du denen das erklären, dafür gerade... Was? War egal, ich muss kein Spiel zu tun. Ah, hallo, hört ihr mich? Milo? Wir sind in einer Party, oder? Was? Ich verlasse kurze Party. Hallo, hört ihr mich? Milo, sag mal bitte was. Was ist das? Was? Mann, es... Hä? Ich verstehe das nicht. Also, Spielmodus auswählen. Wann ist das nicht mehr? Alles klar? Loll! Hier, wir nehmen die Rede. Okay... Hä? Kreuzhoffs aufhören, das war ein Anpackhofer. Schwamm? Ah, Jakob. Alter, man hört mich nicht! Oder was ist das für ein Scheiß? Ich erstelle jetzt einfach eine Park. Leute, ich bin auch ein bisschen krank. Wer ist das da hinten eigentlich? Ich sehe es nicht. Ey, Joga, was hat denn viele Einladungen gemacht? Ach. Du bist doch schon in meiner Gruppe. Ich höre 50 Einladungen von dekassiert. Ja, und auch in meiner Gruppe. Na, kannst du deine zwei Freunde kicken? Und dann werden sie wütend. Und... Warte. Hast du gesagt denn das? Das hört uns aber der andere nicht. Wir haben einen neuen Zuschauer bekommen. Oh! Ja, Jakob. Grüße geht raus an dich? Nein, geht das nicht. Das ist perverse. Das ist immer perverse. Jetzt geschrieben, was geht. Ja, aber trotzdem, er hat in meinem Geld die Streams immer perverse Sachen geschrieben. Ich kann deine zwei Freunde kicken. Warte, sonst werden sie böse. Warte, okay. Ja. Natürlich muss ich ja gut jetzt. Komm. Ja. Komm. Komm. Ich merk dir tales. Ich hab' den Geld. Ich hab' den Geld. Ich hab' den Freund. Ich hab' den Geld. Das muss nur meine, die sind ja, die sind конечно. Man macht mit dem Punkt, und von dem Problem mit ihm spielen. kann er nicht ich will Ja, also, Leo, Profilanschein, ich schicke eine PS4-Anfrage. Ach so, ich hab angenommen. Viele Einnahmen. Moin. Nee, passt schon. Wie alt bist du? Ich bin 12. Schön, ey, er hört sich männlicher an als ich, obwohl ich 14 bin fast. Nee, ich bin ein. Wollen wir Crea spielen? Ja, kann Crea. Nee, können wir Prime spielen? Nee, ist egal, was wir spielen. Ja, lass Team spielen. Okay. Warte kurz, ich muss mal kurz ein Headset drauf tun, weil ich meine Mutter kurz antworten muss, okay? Ja, okay. Ähm, Leo? Ja. Heißt du Leo? Ja. Okay. Ähm... Warte, ich weiß, ich hab sogar 2 Abos, aber es geht nicht kurz wie an, oder? Warte, wie bitte? Ich geb dir jetzt 2 Abos, weil ich hab 2 Youtube Accounts. Was heißt das? Äh, ja, ich hab halt 2 Youtube Accounts. Und ich abonniere dich auf beiden. Mich? Ja. Äh, du musst dann, guck mal, du musst im Chat hochscrollen, da steht dann Dr. Banks. Das ist meine. Ich hab die auch schon genannt. Ganz oben. Ja. Ich bin ja eh nur im Stream. Du kannst... Findest du cool im Stream zu sein? Ja schon. Und so 3 Tour for life zu sein? Ja gut, ich muss sagen, ich bin ein Tour ford davon. Gleich sind es weniger, weil mein Handy gleich ausgeht. Ja gut, ähm... Wir könnten jetzt den Jason Schwiggeln und bereit machen. Was ist deine Lieblingswaffe? Ähm, ähm... Die Scar eigentlich. Und die Tormigon. Ich mag... Du musst... Du musst wissen, wir haben halt ne Runde gewonnen. Ich und Jason. Da war die Runde vor dem Livestream, ne? Aber... Du musst bedenken. Wenn Ernest... Wenn er im Rocket Launch hat und ich hab ne Sniper, ne? Du hast halt 3 Minuten weg. Ja. Ist halt wirklich so. Wenn er Rocket Launch hat und ich ne Sniper, dann pack ihn an. Dann pack ihn an. Okay, Leute. Wer kommt noch zu? Guck dir beide noch zu? Ja. Ja. Okay, wollen wir irgendeinen Challenge machen? Wir lassen die Wendem-Gleiter-Challenge machen. Oder lass es gelbe es bauen. Lass erstmal die Wendem-Gleiter-Challenge machen. Wieso Gleiter? Wieso nicht Pickles? Wieso nicht was anderes? Ich hab nur eine Picke. Warte. Ich hab nur 50 Picken. Und genauso... Warte. Sag mal kurz... Sag mal kurz kurz nice. Sag mal bitte kurz nice. Also Jakob. Im letzten Stream, meine Mutter leitet den Kanal sozusagen und dadurch gegen die Rechtslinie verstoßen hat, hat meine Mutter dir mit nem Wannen gedroht. Aber schreib nicht mehr perverse Sachen in den Chat, okay? Dann wirst du auch nicht gewarnt, hat meine Mutter gesagt. Ja, meine Mutter ist sozusagen Moderator. Also... Klare Ansage. Ich hoffe, Leute. Ich hab so nen Freund, der kommt immer in meine Gruppe und hoffe, der kommt jetzt nicht in meine Gruppe. Und wenn der das kommt, ne, dann sind wir keine Freunde mehr. Lass ihr meine Pick-Ex-Challenge machen. Ja, aber ich hab nur eine Pick-Ex. Okay, und? Ja, und? Ihr macht eine Pick-Ex, ihr macht das Pick-Ex, ihr macht dann den Leiter einfach. Wieso gelangt? Hallo? Auf Youtube. Bitte geh raus. Auf ihre, okay? Ja. Äh, der ist schon raus. Äh, Leo? Äh, hast du angemacht, dass man dich immer hört, damit man dich auch auf Youtube hört? Auf jeden. Ich stream ja selber. Okay. Wie viel Abos ist aber nötig, aber... Ich hab aber nicht mehr. Jetzt läch' mich auch beruhren. So ein Ei... Scheiße. Hab ich doch gerade auf Youtube gesagt? Äh, ne, hat keiner gehört. Nö. Haben wir hier drei Leute gehört? Nö. Haben wir hier drei Leute gehört? Nö. Das juckt mich nicht. Jaaa, so wir haben aber nichts danach. Soll ich einen Freund einladen? Nö. Soll ich einen Freund einladen? Nö. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss mir das W-W-Wort rauspiepen. Oh, mein englischer Freund ist er. Hallo? Okay, mach mal bereit zusammen. Moment. Können wir nachher BoxPVP in Creative? Oh, ne, ich hasse BoxPVP. Ich auch, aber komm, für unsere Zuschauer einfach ein paar unten. Einzelnen Chat, wenn ihr, ähm, eins in den Chat, wenn ihr, ähm, BoxPVP wollt. Ich kann gar nicht bauen. Kannst du diesen Toding-Skin wieder nehmen? Okay, nur ihr zwei seid aber gerade im Spiel. Oh, scheiße, hab's nicht geschafft. Ist das okay? Ah, RTW, also Leo schreibt die ganze Zeit. Junge, was kriegst du denn für einer? Schreib mal Hashtag Alge in den Chat. Warum Alge? Weil Algen lecker sind. Ich war Algen, das sind lecker. Warte, dass du weißt, dass ich bin. Warte. RTW, ist meine Großmutter. RTW, hi. Erstmal feststellt, alt, bitte. Ich mach auch rein. Ich mach auch rein. Warte. Ich teine es wie man alle, ich teine es wie man jeden. Ich teine es wie man auf WhatsApp. Ich sag, na, nee, ich an den, an den, an den, an den, an den, an den, an den. Okay, muss es reichen. Leider komm mal Streams nicht auf TikTok teilen. Leo, wir landen jeder Runde der Weg, also der Weg ist unser Hauptblendeort. Ist das okay für dich? Markier mal. Ja, okay, Boombogen. Ich mach mal anfangs, ähm, ich krieg den Boombogen. Ich krieg den Boombogen, ich krieg den Boombogen, ich krieg den Boombogen, ja. Ja, ich bin eh mit goldener Pump besser. Ja, und wie solltet ihr Raketenmacher? Ich hab nur meine Kiste, in der normalen Kiste hab ich goldene Pump gefunden. Leute, solltet ihr Raketenmacher finden, krieg ich den dann? Ich krieg selber und Boombogen. Ich brauch selber und Boombogen. Mein Main Spot ist da. Ah, ja, Digga. Hallo, Aktivision. Und, soltion, plästchen. Aktivision, willkommen im Chat. Er schreibt, ah, ja, Digga. Hä, wieso, ah, ja, Digga. Was ist so? Grüße geht raus an dich, mein Freund. Ja, ist halt so. Alle mal Hashtag Aktik Herzen in den Chat. Keine Ahnung, wieso. Mach ich das einfach mit jedem neuen. Schreibt mal Hashtag Aktik Herzen in den Chat. Ey, ich bin auch neu gekommen. Warum gibst nicht meinen Namen im Chat? Und schreibt alles Samus'n Ehrenmann in den Chat. Und der Waren Ehrenmann. Aktivision hat wieder verlassen, er hat einfach nur, ah, ja, Digga. Ich weiß, was richtig geil wäre. Wenn jemand spendet, ich lange hier. Ich bin dran, ja, Stocktausend Labos. Okay, Leo und du landen da, dann geh ich hier. Ich lande hier vorne. Hier ist eine Kiste. Hier ist der Einstiegsort. Und die Einstiegsort. Das ist eine Kiste. Und, 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 und. Medkit und halben. Ich habe eigentlich nur Bock auf die Kiste. Das ist eine Kiste, die da auch nicht. Lass direkt den Tinaplätzen und deine Ferne drüber gehen. Die sind in der Sohn. Oh, sie können uns sogar Zeit lassen. Ich flex den T-Tino, wenn sie da und mein Spott ist. Dort ist natürlich. Alle auf den T-Tino. Die macht 100 Schaden, ne? Ich habe keine Läden. Ich habe keine Läden. Ich habe keine Läden. Leuchtig beworben. Warum? Ich gehe auf den Wort. Du, und der deine Freunde. Ah, kannst du den Kinn? Wartermott, aber... Hier ist ja ein... Ja, okay. Sag man nicht. Hier ist keine T-Tino. Oder? Oder? Ich habe einfach mal... Ja, meinte. meine kiste ja 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 ich hab den jünger abdekend wieder mit dem kenten hat auf die hof 4 nicht kommen ist das ein gegner ist damit haben kann ich habe gegner was hat mir nun was erwartet auf der stelle da ist die gegner mit dem ist ein echter gegner das ist ein echter gegner auf dem bogen nein aber die wahrscheinlich nein die können wir noch nicht haben und wenn ich in den punkt vorgelegen doch nicht hier warten wir machen wir brauchen immer dass wir hier noch nicht zu los zu der zu los zu ja dann lebt die enttäten noch schreckt auf wir haben ein kleid gemacht gegner ach das sind verbots das sind verbots ich habe so wenig Leben Leute die Runde läuft schon so gut wie das Papa erläutig schaffe ich diesen Stream die 100 von Taten nicht die ganze Zeit gleich ich bin ich kenne mich zwar nicht aber die Führung und die Führung und die Führung und die Führung und die Führung ich hab den Tina Ousse ich habe einen Bogen ich habe einen Bogen ich habe einen Bogen ich habe alles für mich und und er hat mich so wenn er nicht die Karte das war und versorgt für die Schmerzen der Begriff ich bin ich bin an die Hälfte die Kälte ich will eigentlich nur in der Aukau und wir sind in der Unwärmung mal endlich jemand der nach Kabel ich auch nicht mehr wird noch mal und dann auch gehen er war wenn die ich bin ich die ich bin ich habe was ist im jahr wollten er auch die pflege 9 für mich Gott geschützt mit dem mann auch in der Lülle an das ein goldener Kaffee ich habe eine die Zufall zu sein mein Bild als innen das Gegner wird ein Gegner ich will sie nicht mehr ich habe keine Kornfolger ich habe ich habe eine Zärtung der Technik Miet gar nicht hatte man doch dann fett ja man gehen lassen wir gehen und uns holz wollen okay leute ich habe das damal platziert ich habe das damal platziert wo bist du hier komm ich noch hier um hat es auch so sagen nein ist schon platziert leo kommst du auch hat man wartet da ist noch ein gegen mich will ich nicht dass ich nicht mit dem heli die leute ich fliege zu ich fliege jetzt zu diesem holz ich gehe jetzt zu diesem holz kann ich komme mit dir dahin steck an leo warte ich will noch nicht hin er hat mich berufsschrauber komplett weggeboostet hol mich mal ab bitte sagen könnt ihr hochkommen nein ich habe keine menschen ich habe auch nachher wie nur zu info von dem bot da und ich habe nur zuschauer wie traurig ist das sonst geben gern für die leute die kann doch mehr haben ja wir stimmen auch spaß eigentlich ist halt wirklich so ich stimme auch im haus spaß okay wir können uns jetzt alle voll holz okay alle voll holz machen die da sie sind meine dinger man kann nicht sagen mal 22 aufzuhören auch zu hause ich habe nur sieben und folgten so oft auch von mir zu haben ich brauche nur so fünfhundert haben wir auch mal aus von uns ich bin an und heute Morgen immer das ist so traurig, dass einfach null Zuschauer da sind, ne? Das kenne ich, das kenne ich, Bro. Mein Rekord waren... Mein Rekord waren 40 Zuschauer. Mein Rekord waren sieben verschiedene Zuschauer in einem Stream. Ey, guck mal, ich stream das seit 45 Minuten, ne? Und hab jetzt schon 60 Kommentare. Mein Rekord waren, glaube ich, 150 Kommentare in einem halben Stunden Stream. Ey, meine Mutter sagt manchmal am Tag muss einfach ausmachen, ohne Grund nicht. Sag einfach, oh man, können wir heute auch mal machen. Ich immer bleib auf YouTube. Mach das einfach mal. Ich grüße meine Mutter an dieser Stelle. Ich grüße meine Mutter, meine Opa, meine Oma. Ja, zeitgüsten deiner Mutter. Muss ich den auf? Ja. Dann... Hashtag Ehrenmutter in dem Chat. Hashtag, wir grüßen alle Mütter. Leute, ich mach mir ne lila ne tactical, ok? Hier liegt Holz, hier liegt mega viel Holz gerade. Oh, hier ist ein Biggie für irgendjemand, ne? Hier liegt 180 Holz. Ich kann mir ne seized ich bin. Ich gönnen mir den Billig,... Aber irgendein outfit distribution. Es ist noch einige Bilder, angesagt, ich mach mir ne lila tag. Kimse untereffen, ich habe 50 mit halb für dich warte mit dem pp genau ab die leute in den lindern als zwei zuschauer wieder ehre das ist meine zwei freunde schreibt mal heim jonas gaming begrüßen mit jonas gaming an der stelle in drei Jahren in den letzten Jahren können wenn er in der Art Nürnstein sehen können aber nicht ein Bild von der Hälfte Schauer drei zuschauer wieder die heißen die hat er hat so nach dem könnt ihr alle mal ein Heim in der Kalle gewissen wie er heißt er kann ich euch grüßen meine Freundin wir wollen wir wollen auch alle grüßen und man muss auch im Namen gewissen mann alle gegnern hofft bei mir alle haben wollen das ist ein Wort verhörten verhörten nur noch den neuen Leben immer heißen für mich aber nicht mehr an durchs Leben nur ein neues Ziel ist es nicht genug das geht es mir jetzt nicht mehr nur ein kleines Kaffee wenn du es nicht aus dem ich habe auch noch klar das ist mein dass ich die haben ergebnis der Fisch zu sehen ja klar die Mieter und du bist mehr an der der Leona schlägt mehr als hier mehr auf der Leone ja auf jeden Fall dein Konfession abgängig mehr und ein Konfession abgängig ja aber dein kumpel heißt jonas gehen bei einer ab wie man einmal mehr und ich möchte nie wieder weg machen ich hab keine zahlreiter namen von in real life meinen ich glaube jonas was sind das ist doch nicht jonas aufgrund der kronos kennst du wir müssen vor allem mal über mich in real life kennt jonas gering kennst du lea der hört dich doch äh stimmt kennst du mich in real life du hörst dich anders auf du fast einschlägt digga wo seid ihr denn warum wartet ihr nicht auf mich dafür sind dein team da ist ein schwert für wen das kann man aus dem stein nehmen das brauch ich das brauch ich das brauch ich das nächste aufgabe ich hab die aufgabe schon ja ich hab da gerade das schwert gefunden und ich hab jede einzelne aufgabe an mann hier markieren aber ich hab jeder eine einzelne aufgabe nehmen online aber meinen kanal ich bin hier auf den steinen ein schwert ach er kennt dich über online und erkennt den kanal nicht erkennt dich ein bist du jonas youtube eine an das ding ist mir fehlt eine reine ein paar jahre die allung wenn sie uns die tübe ist ja ich habe ein zudem erlaubt eine leute ist das normal dass diese kingsmann aufgabe und schadenblocken verpackt ist bei mir und mein freund bei mir war ist die immer verpasst von mir auch auf der 90 metern die vorne da landen noch 17 youtube er hat er ja ich kenne ihn nicht kennen darf ich das dankheit haben dann was ist er drin wieso sagt ich brauchte im morgen auf den leuten kriegte mann von 50 rock hat ja bin aber nicht anwalt erst nicht an der kultur wir haben wir schon mal wieder ich weiß nicht haben und die bauten kommen aber haben die geschichte kann er leo ich habe jetzt einen 70 ab 80 ich gebe noch ein paar und ich hab 20 warte dann gehen stehen der auf Ok, reicht, 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 ich will gar nicht so viel. Lass mal hier auf dem Dach, lass mal Richtung Zoom gehen. Lass Zoom jetzt erstmal. Leute, nur noch 10 Gegner, ne? Ne, ich schreib dir dann aber wieder über Insta. Jo, schreib mir dann über Insta wieder. Ja, lass aber nicht so aggressiv spielen, okay? Lass im Haus campen, lass im Haus campen auf Defense Basel. Ja, damit ich... Ich sollte ja Jonas Youtube spielen nimmer, GTA. Gegner! Jonas, ich grüße dich. Ja, ich glaube er ist schon weg, aber wir grüßen dich alle, Jonas. Danke, dass ihr euch stehen habt. Ich vorstehen. Servus, bis später. Ok, gut, bitte. Leute, ich mach mir ne goldene Raketenwerfer. Mach das, mach nur du. Äh, Jona, äh, Leon, chill ein bisschen, ok? Aber er ist mir mitten im Busch. Ich hab ne goldene Raketenwerfer. Ich geh von hinten! Nein! Nein! Jetzt ich habe eh! Doch Hilfe! Nein! Der hat durch das Auto geschossen, das ein Hacker. Hat mich wiederholen. Der kommt, ne? 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 Ich bin ingang jetzt schaut gut aus, wenn ich lass bitte. Ich kann an B augenbürochen sein. Ich bin ja с doch doch gerade ja dreht sich einfach nicht nicht aufregend war es mal kurz ich reiß gleich den Stick rauf ganz ehrlich der Gedächtnis einfach nicht dann lass jetzt Boxpilip hier ein bisschen TG´s, ja TG´s immer Arbeitsschrift ja Stay Home hat er geschrieben Jonas Demich hat TG´s und dann Stay Home geschrieben weil einer gesagt hat springt gleich aus dem Fenster oder so ich muss kurz meine Katze streicheln ich bin leider sehr krank ich hab sehr tolle Halbschmerzen aber egal ich glaub den XXXXL Jakob kenn ich weißt du wie ein Fortnite heißt? ja glaub schon Farbkissen noch mal klöento ich bin doch Mann viel ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ein Sticker, der in meinem Laptop steht. Wieviel Zuschauer haben wir? 1 Grad und 72 Kommentare. Ich weiß. Kannst du mal sagen, er soll mal in den Chat high schreiben? Das ist Jonas Gaming immer noch. Schuh! Ey Leute, ne? Erst nicht? Ach ne, rdw live ist jetzt noch keine Ahnung. Ey ne, dieser xxxl Jakob heißt in Fortnite Slavik. Oh, zwei Zuschauer wieder, Alter. Ich bin der zweite. Warte, ich frag grad meine Mutter, ob sie all ihren Freunden soll, dass sie kurz im Livestream vorbeischauen sollen. Ich will mich einfach nur krass fühlen. Ja gut, ist halt gar nicht so, dass, ähm, Stannis Livestream gerade momentan 10.000 Zuschauer hat und wir halt nur zwei. Das ist schon, drei. Warte, wir streamen auch noch. Warte, wir streamen auch noch. Warte, hängt bei mir lecks. Darf ich auch noch streamen? Ja, mach doch. Ich kann auch streamen, aber dann muss ich aus der Gruppe gehen. Nein, er kann noch so streamen. Warte, ich bin kurz weg. Jonas, ich schick dir mein, ähm, Ding auch noch. Mein stream. Soll ich mal, soll ich noch Freund einladen auf Ehrenbruderphase oder soll ich ihn einfach lassen? Ihr könnt mal abstimmen, wen ich einladen soll. Ah ne, warte, mein, mein Freund ist grad. Ja gut, meine zwei Freundinnen und meine Freund spielen alle miteinander. Warte mal. Ah ne, keiner meiner Freunde ist online. Ernsthaft oder warte? Leon und BK. Harvard eben sind gerade genau so. Ey. Warum ist die nicht online? Ja gut. Hast du den hier? Bananen-Ausweis? Ne. Soll ich dir sagen, wie du den bekommst? Jo. Geh mal, geh mal in den Battle Pass und dann auf Agent, ne? Oben links, ne? Äh, Battle Pass. Ja, Agent, ja. Geh mal auf Brutus. Und dann... Brutus ist... Dann siehst du ja, dann siehst du ja diese Zahnräder, ne? Da oben auf. Die kannst du ja tippen, ne? Ja. Tipp mal auf das Rechte. Oh, oh. Oh, fuck. Jetzt bin ich gerade inside. Ich bin gerade inside. Du musst erst auf das Rechte. Dann musst du auf das Linke. Ja, auf das Rechte. Aber warte, du musst rechts, links, dann in der Mitte und dann unten. Und dann kommt Charlie. Leute? Dann kommt Charlie hinterm Laptop. Siehst du ihn? Ja. Ja. Meine Mutter sagt, ihr... Meine Mutter hat gerade nur 50 Leuten so Party machen, Papa. Also, guck mal. Dann musst du auch... Dann gehen musst du auf Wurzelkarte gehen. Und du siehst ja oben links, ist ja so eine Karte. Die kannst du ja bewegen, ne? Und dann kommt wieder Charlie, ne? Bray. Und dann bei mir das sieht. Und dann bei mir das. Bei mir das muss man einfach nur dreimal dieses Musik-Teil drehen. Und dann kriegst du die Bananen-Ausweis. Ja. Ja. Mein Zuschauer. Ja, meine Mutter. Meine Mutter sagt jetzt ihren 50 Freunden, mit dem sie gerade abhängt, dass alle mal im Lächsten vorbeigucken sollen. Also, wer hat Bock auf 50 Zuschauer oder so? Also, ich weiß nicht, ob die... Gucken. Lass mal jetzt Creative. Ja, komm. Nein, kein Creative. Bitte kein Creative. Wieso nicht? Creative was gar nicht. Aber ich mag Creative nicht so gerne. Wieso nicht? Ja, weil ich immer verliere. Ja, weil ich immer verliere. Dann teamen ich und Sam. Ja, okay. Machen wir denn dann. Ich mach Team spielen nochmal. Ich möchte mit euch mal win-wollen für den Screen. Ja, okay, das macht's gelbe. Ja, okay, das macht's gelbe. Aber wichtig, wie wir brauchen diese Sturzpolster. Damit wir uns helfen können, wenn wir unsere gebaut werden. Wir müssen Palettinland landen und landen. Wir brauchen Sturzpolster. Jeder braucht einen Sturzpolster. Wo landen wir? Palettinland. Wo ist das? Ah, doch da, ja. Palettinland. Natürlich Palettinland. Wer kennt nicht? Palettinland. 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 Man sieht das in mir deine Ansicht, ne? Ja. Finde ich mega cool. Solltest du mal entscheiden, wer jetzt ein Skin wir nehmen sollen? Du hast eh nur zwei Skins. Ja, welche ich davon nehmen soll. Das können wir euch entscheiden. Wie viele Zuschauer haben wir? Einen. Ist das wieder der... Ist das Jonas? Nö, rdw live, ne? Was geht? Hä? Meine Mutter kommt mir grad zu oder so. Keine Ahnung, weiß ich selbst nicht. Ich guck auch. Deine Mutter soll immer Hayden in den Chat schreiben. Du kannst doch den Namen einfach lesen. Nein, der hat ja nichts geschrieben bis jetzt. Der hat ja grad den Tätel, es kann einfach mal Hayden. Why you boom? Why you boom? Why you boom? Why you boom? Leute, wir müssen Palettinland landern. Palettinland. Ich glaube, wenn man das hier... Das hier, das hier, das hier... Ich krieg die fünf Dinger da hinten. Na, wir brauchen alle Vollholz. Wir kriegen alle Vollholz. Auf jeden Wochen wir das. Und dann... Und dann... Lass das bisschen die End so machen, bis wir keine Match mehr haben. So lange bis hier runtergeschossen werden. Dann haben wir den ganzen Wald abbauen. Soll ich in Chat teilschreiben? Ja. Ach so, er guckt zu. Ey, schreibt alle mal Hashtag SkyBaseWin in den Chat. Ich kann nur noch Highfahren, weil mein Handy sie in 30 Sekunden aus schaltet. Lass doch einfach mal aus, Joke! Ohne Waffen spielen. Moin Jonas. Nein, wir brauchen... Er hat eine Fachkammer. Ja, er hat eine Fachkammer. Woher weißt du, dass Jonas drin ist? Jonas ist bei mir drin. Ah, hi Jonas. Ja. Wie grüßt dein Gott. Kannst du meinen Kanal auf den? Bist du? Oder schreibt man den Chat, wie alt du bist? Jo, kann ich. Ich hab auch mal ein. Nein, der ist bei... Also... Also... Leon oder Leo. Wir brauchen Mecklitz und so. Leos oder Leos. Also Bendygan. Ich hab Bendygan. Ich nenne ihn jetzt einfach. Leos. Leos. Ich hab Bendygan. Leos. Ich hab auch und deswegen... Jonas ist in seinem Chat. Und nicht in unserem. Jonas ist bei mir im Chat und... Hab ich die Kiste? Junge, du fragst immer. Darf ich doch nicht. Ist ja nicht so schlimm, aber... Vielleicht wollen manche ja auch manchmal haben. Hat jemand Mett oder so? Ich hab Mett. Ja, das meinte ich. Hat jemand sowas? Ja, ich nimm das Mett. Ja, das meinte ich. Ja, ich nimm das Mett. Ja, du Schöpfenverbände. Hat jemand Sturzpolster von uns? Nein. Nö, noch nicht. Nö, noch nicht. Nö, noch nicht. Das ist wichtig. Wir können ja auch... Wir bauen ja von hier auch von dem Turm. Nein, ja, von dem Turm. Vielleicht ist da ja ein Stoßprecher drin. Wir müssen erstmal zauen. Wir bauen uns ja in die Sohn. Ja, wir bauen uns ja. Wir müssen außerhalb der Sohn, damit die das nicht so weit runterschließen können, wenn du verstehst. Okay, ich hab 500 Leute. Ich mach glaub ich den einfachsten Hochbau-Träg. So, wenn wir so will. Ich muss gar nicht aufmachen. Ich muss gleich essen. Ich beeile mich ein bisschen. Ja, dann... Frau Kornakzen, Jonas. Ach, du bist schon voll. Du bist schon voll. Ich hab gerade 600 Eben. Ich bin auch voll. Ich brauch du den Moni. Leute. Ich hab ein Sturzpolster. Oh mein Gott, never. Nein, nein. Jeder kriegt eins. Wir dürfen keins verschwenden. Äh, so. Also eins für Sam. Und eins für Leon. Wenn wir das verschwenden, dann können wir keine Style mehr bauen. Leute, habt ihr alle genug Keeling? Ich hab fünf Verbände nur. Ich hab keine Keeling gefunden. Ich hab aber ne Tec im Regal. Ich hab eine Metkiss, also. Oh, Jonas. In ne Silberkisse. Oh mein Gott. Ne Mütische Kiste ist drin. Hey, Jonas, magst du Mod haben? Ne Goldene Skiski. Und ne Bandage war super. Okay. Wichtig. Wichtiger Hase. Die ist wichtig. Ich ne Goldene Skiski. Sturzpolster. Ich hab mal da Spaß mit. Ja, okay. Jonas, sie gibt das schon einen Mord. Hat das Mord? Wie jetzt? Moderator. Kann man moderieren? 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 Leute, ich fang dann an. Leute, ich fang dann an. Leute, ich fang dann an. Leute, Leute, ich fang dann an. Ach so, okay. Jonas, sie gibt das Mord, weil mein Handy ist gerade leer gegangen. Ich bau dann hoch, weil ich hab eine einfache Taktik, die so schwer runtergeschossen werden können. Mit oben, ne? Na, ich fang aber an, hoch zu warm. Ich wurde kurz in Kisten. Oh, hier wurde schon gelootet. Du darfst, hat jemand Schild? Ja, ich bin kurz in der Kisten. Ja, ich bin kurz in der Kisten. Wo ist Gegner? Wo ist Gegner? Bei mir. Ich habe eine Pistole. Ich habe eine Pistole. Wir müssen die nur kurz in der Kisten haben. Sind die denn? Was ist denn? Da sind die Pistole. Hab ihn. Lass schauen, wo sein Teamate ist. und und ich habe das wissen so lange nicht mehr es bleibt seine Klinik die Unschuld aber so kommt in den Leuten damit bauen doch ja machen dann antworten Ortschütte der Hälfte war ein Schottenspiel die Falle erster da war ja nur gemacht warum soll es ab kann man auch nicht in der Karte holt ja auch für uns jeder ist so da kommt noch nicht mehr an der Komponente wieder zum Turm gehen und ich geht um das ist geil wie bei den D-Agen hier in der Richtung Plätzen bauen so ein bisschen das ist der Konferenz und mein Kopf hat mich gerade eingeladen ich schlag den Leuten in die Party ein wer ist das Leon? sorry, das ist so ein Schweizer hast du die Bananen, Leo? ja die OG Bananen auch kannst du gleich mal mit der Bananen spielen? warte, Leo kannst du nimmst gleich Banane? und dann nimmst du Pudding was machst du? ja so hochbauend so kann man schwerer runtergeschossen ne Gorn sicher du musst du vorsichtig sein V-Durchschnitt in Zone aber ich schon zu nehmen aber komm V-Durchschnitt ja wir sind schon oben ein bisschen ich lade ich lade mit meinem Kopf einfach hin nach vorne pass auf du lade ich zu schnell bauen wir sind ja schon auf der Höchst ich lade mir noch nicht mal ansatzweise aber gleich aufpassen ich passe immer auf warte ich komme auch hoch ich komme auch hoch das ist einfach schon ein bisschen das ist so cool auch wenn das immer wenn das immer in der Reihenfolge wir sind ein bisschen in den reichen Römer das ist ein bisschen die 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 wenn ich einbauen man es macht so eine kleine Fläche so können alle ja wo ich dann auch machen ja okay mach ich dann nach der Runde und nicht essen gehen und können es zu dir aus dem mal also zu tun in den letzten Jahren mit dem Spiel an muss erst nicht gerne meine Mutter sagen ich bin gerade lasst uns bitte, ich kann heute keine Pause machen, ich muss ja durchwischen ja, macht's gut ey, fuck! nein hast du egal, ich springe einfach auf ein Luftkissen von euch also wir versuchen... oder wir müssen immer was ja, erst mal warten wir auf die nächste Zone, Leute, ist doch logisch bitte nur noch 10 Sekunden nichts, mach ich dafür den Rumpen wieso? ich weiß nicht, ich hab dann eine Weile lass tanzen ja, okay, lass... mach mal alle den Bananen aus, oder warte, lass mal alle, warte, lass mal alle Dinge machen auch 3 1 2 3 hey, der macht die bei mir nicht, hey, girl hat jeder den? next so, next so ich hab dir nicht okay, oh mein Gott, Wasserzone äh na, glück können wir gar nicht haben ey, einer von euch muss man weiterbauen, ich muss sich kratzen okay, geht wieder verschwendt deine Metz nicht, ich bau weiter und nur, immer nur ein oh, nicht runtergeschossen es macht keine Scheiße, okay ich hab geguckt, welcher Knopf das noch mal, weil ich kann man nicht losbauen spielst du auf Kauffrau oder Baumeisterfrau? wer? spielst du auf Kauffrau oder Baumeisterfrau? weil ich bin auf normalem Kett, ich hab nix eingestellt doch also musst du R1 drücken, um auf deine Treppe zu wechseln immer ja mach mal was anderes an, es gibt noch einfach und es ist viel einfacher zu bauen ja Baumeisterbrust komplett easy wo mach ich doch zum Mach mal, du komm mal kurz Leute ich hab keine Metz mehr ok, sie mir deine Hälfte draußen brauner weiter mit überm Wasser nein, drop mir deine Hälfte ich hab die alles ich hab die alles ich bin ja noch wenn das Netz nur ich habe ich habe noch vier und von uns keine Sorge hier mein Mann war ein paar Hälfte was ich hab doch was hat doch drei Eisen in die Skadontons wir haben und sind wir über Wasser an einem neuen ja leulein hier in der Woche kann es immer noch bauen die Sprache Orte und dann wurden wir noch nicht heil nach einer Suchstelle auf die Elbe-Grundung hat es dann ist es über die Wolken so wie man soll haben es wie gut angefangen haben mit den Angepacken auf dem Grund und sind jetzt hier kann doch nicht warten bitte können die die Zukunft meiner Einzelnen Elben gewohnt aber auch nicht untergeschossen und war in der Zeit das ist wieder keine Metz mehr haben Prozent hatte sie alle abtütteln ob sie alle voll die Kassel noch mehr mehr und die Zeit ich hab noch tausend im Bau von Baubau weiter mein Bild wir warten optimistisch wer jetzt runterfällt nur noch so gut wieder da achtet mehr um die Sonne ab dem Wissen oder so ist wieder da er sagt ich bin doch ist ein von uns kommt Leute drei Zuschauer ich könnte euch beide jetzt richtig hofft nehmen weil ich weiß ich hab's nehmen nein wir machen das nicht wir machen wir schießen keine runter machen die hat geendet johannin so herr Leute nicht mit unterschiedlichsten bis dahin ist alleine durchgeführt die Gegend Mainz haben wir noch in der Runde leben noch 90 Leute aber hast du dir ein er steht wir haben ja nur erledigt und sie macht es gar nicht allein Ja, ja, Sam hat's verdient, aber solltest du einfach alleine machen? Ja, ich mach noch die Runde, kommt vorbei. Ihr seid tot, also. Ich hab noch so viel gemacht. Ja, wegen dem einen Typ, der mich runtergeerdet hat. Ich hab noch Rache, ich wollte zurückmachen. Kai, ich bin angewohnt, sei kalt, aber bei mir immer, bei mir immer, ich bin immer zurück. Ich hab' ja für den Kai gemacht, aber das ist ja hier fertig machen. Warie, also sich, oh, wiederholen? Junge, ich spring jetzt nicht runter. Nein, mach nicht, mach nicht. Ich zieh jetzt, denn, ich darf nur so wenig mit wie möglich versenden, ne? Hat nur noch 550. So lass, bin, so lass, bin gleich auch dabei, okay, dann sind wir zu dritt, was haben wir Essen geht, dann können wir zu dritt nochmal versenden. Ich hab' auch wieder nen Zuschauer. Du musst gleich, ähm, muss gleich ausmachen, du musst gleich kurz essen gehen. Ich schau' bei meinem Freund vorbei, ich verlinke ihn nach dem, also ich verlinke ihn. Wettenbeidefakt ist prima, dann tun soll ich das. Ich würd' jetzt gerne so, ich würd' jetzt gerne so, ich würd' jetzt gerne in den Büro. Ich schreib' mal, ähm, High in Jack oder so. Ey, ist das okay für nen Aktivismus? Ich mit lange Leben noch zwölf Leute. Junge, du bist tot, geh' einfach essen, die Runde werde ich eh nicht gewinnen. Ich möchte zusehen. 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 Alter, wie wenig Leute nur noch. Alter, du bist tot, geh' auf den Lootwob. Nein. Schicht' die Lootwob an. Ich bin aber erst Level 180, ist das. Ich bin Level 150, der übertreibt komplett. Der wohl mir zuschaut, soll mal ein High in Jack, das ich ihn grüßen kann. Ähm. Ich bin fast runtergefallen, weil mein Controller automatisch läuft. Mancher. Ich kann, ich meld' dich jetzt wegen Skybase bauen. Äh, cheat'n und hack'n. Ich mach' Werbung für meinen YouTube-Kanal. Auf dem Schild steht nicht wie du wie Royal, sondern mein YouTube-Kanal-Name. Ja. Auf jeden. Auf jeden. Auf jeden Freund. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Whatever. Whatever. Fehler fünf равно so. Du bist wieder egal Benton. Aber ich liebe 모� σ organizational. They gymnastics visual. Wo rufen es eigentlich warm. Und darüber komme ich jetzt. Da kommen wir jetzt. Ich muss kurz kommst uns gut reinstellen. Na es gibtibo und sch�� es mal zwei Ent nasze Quare und solche um questa undojungen in die in die Gange und ich habe mich so viel mehr ich muss die Gruppe kurz muss die Gruppe verlassen aber auch in der Wettkirchen ist einfach okay wirklich bis gleich was wir sagen würden schon abzunehmen und zu müssen Ich hab so wenig Metz, Alter. Ich muss jetzt auf Zone hoffen. Aber warum hat der mich runtergeadded? Ja, weil er lost ist. Der trifft einfach einen Schuss gegen mich. Vier Zuschauer, Alter, schon wieder. Ich hab auch einen Zuschauer Ehrenmann. Schreib mal einen Chat, dass ich dich grüßen kann. Schreibt alle mal drei Zuschauer. Stell vor, durch diesen Emotis wird das einfach kaputt gehen. Und mein Zuschauer ist weg. Mein Gegner. Leute, bin ich jetzt so billohaft im Sieg, Alter. Ich hab Ben-Dogan, ne? Hallo, Ahmed. Achmed. Achmed. Jolly ist beigetreten. Jolly! Jolly! Ein Gegner! Jolly! Wir bauen gerade Skybase. Ich bin live auf YouTube. Abonnier meinen Kanal, okay? Abonnier meinen auch. Ja, wir abonnieren uns beide. Junge! Ein Gegner noch! Ja, moin. Kann ich nächste Runde mitspielen? Ja, wir bauen Skybase, okay? Wir machen Skybase. Und keiner älter. Und niemand älter. Und niemand älter. Und niemand älter. Und niemand älter. Weil einer älter. Ich bin zu dumm zu meditieren. Die Kuss öffentlich. Nach der Runde. Chilko ist ein Gegner. Ja. Also nicht du. Hä? Ich versteh nicht. Die Zunge ist verbar. Nein, zum Pech. Oh mein Gott. Soll ich runterspringen? Da unten ist er. Anja hat gespringen. Hi. Anja. Bring runter. Ich hab keine Füße. In's Wasser. Und kill ihn dann. Komm, du schaffst das. Laser ihn voll. Wenn er einen Lootdrop öffnet, weißt du wo er ist. Er kann safe in der Burg. Geh nach vorne und steh den Pump. Oh, ich hab, ich hab seine Schritte gemacht. Da läuft er. Oh, du hast keine Mütze mehr. Von Metz. Junge, vat wer von Mann war und da. Junge, vat wer von Mann war und, genau. Digga. Derciz Crazy biß. Richtig scheiße. Ja, he. Hä? Was für einlappen, digga. Er fühlt sich cool, ich hatte keine Match mehr und alles, was Sam dich runtereditiert hat. Wir hätten die Runde so easy gewonnen. Ich habe Sam einfach kein... Guck mal, wir wären dann 3 gegen 1 gewesen, ne? Ja. Ja, und weil er dich runtereditiert hat, haben wir die Scheiße jetzt verloren. Ist ja... Ich komme los in die Beine. Ja, machen wir. Wir machen kurz auf Öffentlichkeit mit dieser Arctic auf. Schreib in den Chat, ich will dich grüßen. Ich habe meine Zuschauer. Neul, vier Zuschauer. Sag mal, die sollen bei der Erdewee live vorbeikommen. Mach ich später noch. Also Abo da lassen und dann wieder zu dir. Wir brauchen Skywaves, Leute, keine Paxen machen, okay? Oh, Sam ich guck mal, ich muss verlassen. Ich muss euch öffentlich machen. Wir holen uns dann ein, ich schlief auch. So, prächtliche Freunde, Jolly, einladen. Yep. Leo, einladen. Musst du nicht, ich join dir. Also Aktivvision, hast du mir eine FA geschrieben? Leo, kann ich dir eine Freundschaftsanfrage schicken? Ja, kannst du, kannst du. Wie ist dein Epic? Habe dich nicht. Bro, es ist hinter dir meine Skin kommen. Warte, sei mal kurz heiß, ich muss dir mal mein Epic sagen, okay? Mein Epic ist T, also großes T, R, I, zweimal P, L, Z, großes J ohne Leerzeichen, A, Y, Unterstrich, YouTube. Warte, wir warten noch auf jemand noch. Ja, wenn nicht, soll er mich adden, nehme ich an, lad ihn ein. Warte, du bist, nein. Oh, gut, die italienische Pizza. Seit wann bin ich so fame auf YouTube? Schon prór, 81 Kommentare. Schon mal bitte, ich soll mich da ingraubtStar. Ehre, Mann. Hech. Erratet mal, wer ich bin. Kann nicht in den Chat Cebu ein. Ich kann nicht. Ich was fansけど Bro what you is of course. JoJo von Klassenfeld. ApteX Baresized, 할� Anton das habe gesagt. Ey, ihr seid die B SylviaOWAX nu here. und jetzt bietzer schlug den und wir geben wir mal die bietzer her ich sollte dann in der landen geladen palettinand wir brauchen alle voll holz richtig stein und richtig viel mit dem auge auf wüste leute leute wir brauchen alle richtig stein und metall auch noch man hat ja genau auf jeden ich komme gleich wieder ich bin kurz als k es ist einfach nur um damit die 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 kette und so kommt es ist nur ein kleines ist es so ließ ich habe anfangs kürzer hat das aber durch geschehen der ich nicht ich bin ich habe schon zweimal durchgespielt aber es macht irgendwie wieder bock Ok Ok, erst bei getreten Moin Ach, ich bin auf PC, wir können aber nicht Spielchat geben. Bleib schon im Steam sozusagen, damit du nebenbei hern kannst Ist das ok dann? Wenn ja, dann mal Tanz mal, wenn das ok für dich ist Warte, Steam Verzögerung Wir landen Palettinand, alle holen uns voll Holz und so und bauen dann eine Skibase, ok? Nichts gewesen Aber meine Mama hat gesagt, ich darf nicht so hoch raus Mama hat gesagt, dort oben gefährlich Was ist meine? Ich zocke auf Switch, achso Ok, wir machen bereits, also wir bauen Skibase, ok? Also easy peasy Leute, wir brauchen alle voll Holz Ey Leute, wenn wir dann nur noch ein Gegner lebt, den klappen wir dann easy Aber ich hab den so low geschossen, ich hab den zwei Hits gegeben und dann einen Hedge Ich hab den so low geschossen, ich hab den so low geschossen, ich hab den easy geklärt, ne? Ok, ok Du tockst jetzt nicht ganz als Zombies Junge Ich hab den so low geschossen, ich hab den so low geschossen, ich hab den so low geschossen, ich hab den so middle ein bisschen Leute ich würde sagen ich bin der der Antwerp hochzubauen ich kann nicht gut hoch und bei mir lebt es auf der Mann auf den Gebrauchern wir brauchen vier Sturz Kreuzer oder ob er sich dann einer Mann ich kann nicht spielen hat man ihn streben nicht so Mahner nachher als beigetreten noch was ist das Leben am Kiel ich muss auch der Partie gehen ich darf in drei Minuten und zusammen die Mischung bis 3 Uhr von Langebos von Brunner aufzunehmen mit so ja okay dann bis nachher zu kann man schauen ich hab Sturzpolster und wird es Leo ist eh auch kann er machen einfach ohne Leo Skalbass okay ist ja okay so und dann hat jeder ein Sturzpolster nicht unnötig verschwenden Leo Letzter ja zwei Zuschauer wieder ab und bis zum Hals bis zum Steinbisschen mit halbwissen Leute ich hab Granaten wie können wir dann in den Gesicht unterwerfen Junge die Explodieren bevor sie unten ankommt Scheiß drauf Raketenwerfer und die Konferenz oder 84 hier in der Fahre dann hol ich mir einen Raketenwerfer Jani ich habe heute ein Weg geholt ich brauche Raketen auf und schon habe ich gewonnen ich bin nur noch hat er von den letzten Wettbewerb und so gewinnt das ist nicht ich habe gestern 18 Kills geschafft der Sulu so wird und letzten genaust gut mit Füßen Spitzen ist abzelt die Art der Gründer und Verstattung hat er noch folgt so wir sind in der Partie der Kürtel ist Leute ich habe ich habe ich war voll voll ich noch nicht ganz ich war gerade stein ich habe Leo hallo ich bin Sam Hi Sam Sam Leo wir bauen einfach ohne dich Skybacks ok der passt wir haben den Solo wir haben bereich dort oder Bush kämpft uns immer irgendwie versucht die gerade so unsere Skybacks sehen irgendwie anzuschließen Hallo Sam ist im Chef warte ich kann wir eigentlich weißt du was schlau wäre zu bauen wir nehmen eine Wand aber die Wand editieren wir so schau her dann sehen uns die Gegner wenn wir nur auf dieser Stange laufen dann sehen uns die Gegner nicht aber ist es zu riskant dann können wir runterfahren und mein Kontroller läuft auch mal grüß mich auf eurem Grüße gehen raus an Dr. Banks äh Johnny geh mal kurz weißt du wie man zum Partybildschirm kommt ja geh mal kurz und dann zulass erwarten bis zu meinem Partybildschirm geh mal kurz zum Partybildschirm geh mal kurz zum Partybildschirm sag wenn du bist dann steht da Partyanstellungen ne ja ja das musste an ach so gut dann hat man der eine Zuschauer von mir ähm ich hab mal einen Chat Leute wir haben richtig viel ich hab vier nach ich hab vier nach Metall Leute wir können anfangen wir können Jolly kannst wir ein Sturzpolster drauf machen ich kann leider nicht mitbauen weil ich heute kam war es nur ein Sturzpolster drauf machen und dann braucht brauchst du egal ob er hat er kommt er zu mir mal die ganze Zeit ist ein Jahr bei einem mehr als dass sie einen grüßen jeder schaut man den und wir können nicht grüßen weil er nichts im Chat schreibt um Artikel also um Chris Kuhl kann zwar kommen für das für hast du Sturzpolster gefunden nein das für Chris ich habe schon eingehört du hast du ihn aufgesangt ja ok ich fahre mit ihm ein bisschen Stein schlafen die Sägewerke schlafen die Sägewerke ich bin aber nicht der Lieben ich bin ja wir können die Runde eigentlich abhaken sind in der vor man muss auch noch dass die nächste Zonen nicht in der Sonne aus sonst gehen wir hier raus so circa Leute und wir müssen ja lass vom Lockdown Sägewerke hochbauen lass von hier hochbauen einfach auf die Zonen nicht hier ist doch besser vorne aber wir warten einfach ab Chris Kuhl mit zu haben ich habe sie auch ein paar Waffen machen Chris Kuhl kann man was her an du brauchst haben ein Sägewerke hochbauen schraubend Köln schaffst du noch den streamen wenn ja dann mit Mann wenn du nimmst auf alle den Ballen in der Sonne nach wer ist wer ist da ist es ist egal die ganze Zeit nur im Chat ich weiß was wir machen bis die Zone bei uns ist kommt ja immer ein Zuhause oh ich komme du kommst mich mal besuchen zu meinem Zuhause und wenn er kommt der böse Mann dann mache ich das Piu Piu Leo du kannst auch mal ein bisschen runterkommen ne ne lass deine Aggression nicht so raus da wohne ich doch schon Achsam wohnt da schon in der Mütter du kannst da gar nicht mehr wohnen normal mache ich immer zu 10er Bums ich mach mal mal immer so 7 ey Jolly du machst jetzt kleines Zombies aus ok 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 ich hab's ausgemacht äh darf ich in meinem Zuhause sitzen bleiben ich hab noch einen Bruder erklärt uns die Gegner mit er ist links war noch vermutlich keine Streamsniper laut und dies server da wohne eh keine Streamsniper ok ich hab 3 Streamsniper ich hab ein ich hab ein ich hab ein ich hab auch zwei ich hab ein ich hab ein ich hab ein Wurz und ich mitnehmen damit wir weniger in der Platz brauchen n n n n leiter nach mit malung springen könnten eventuell uns Sturzpolster auslösen n auch hier sind Verbände so lange nicht mehr wir brauchen das Wetter vor mir schon wieder ins Wetter ist der Ort erbaut heute richtig gut gut hätten Leiter jetzt gar ja wir sind aus der Sonnenhausen ja wir sind aus der Sonnenhausen wir haben von Ammonen ist auch aus dem Noten weißt du wie sie heißt Zeitungen du kannst du dir ja so zu editieren Leiter mit Leiter es kommt der Leiter und dann geht es dir gut in holen ist und hier vor allem ist genau geworden in der gelandet den Hals die Sohn war Streia brust mir nicht erbaut die Skype ist die direkt vor uns 4 was kommt man was kann man nicht mehr kann man nicht mehr haben mit Granaten lehrt leute es wohnen dank wie bald bei fest doch gut ja ich mach das die kaste die haben nun und von städtisch anja wir können es gleich geht es dir gut weil er hat gefragt wie geht es uns uns geht es ein gut hier liegt guter nut also ich bin wer hat hier in china oben die gegner hat ihn niemand kann die zeit ist runter gemacht 8 man die hätten wir benutzen können mann am liebsten Leute kommt auf das Segel weg drauf wir fangen an was geht los mit Mr. Darby hinter mir sind Gegner Maschallah du kannst gelbe ich vergessen ich hab 22 Abos und du ich habe ich bin 24 und 24 kann irgendjemand aber zu kommen ich wurde angefassen soll ja ich weiß nicht warum wollen ich glaube es kann man vergessen ja trinke es er hat einen guten Schluck von Wasser der Gegner genau bei mir wir sind auch sehr armer er ist halt nicht gut und am wollen wir sind sind es noch nicht jetzt sind wir lieben ist ich bin es einmal es wird so kann es einstecken er ist auch klatschend haben wird er kommt herr und er hat nur ein guter Gott da hinten von der Hörer oder ein 30 falsch anbekommen nun er rediert nun mal im Schlaf alles ich habe so ein aber was du editiert nur nochmals der Rest vergessen alles nur mal einer von euch nicht runter in den vierten das war Chris Kuhl Lärkensprüfstern Leidner war jetzt steigwärts hoch Gegner ich kann nicht mehr ich war worden der Bekunft der Städte immer alles hin ich habe aber wird ich habe die Verkaufung Kurskostobel Lassenmann und nehmen alles nach oben ihr habt auch zu hoch ist konnte ich mit den Tiefen abrufen mit größten auch vorhanden verlassen der Antikypia und Provinen nicht zu tun von den Kampfsdruck und nächstes und ist und einer schießt die Schmerzen Nein das ist ein Bord der Kumpel trifft gar nicht einer schießt drunter Egal ich habe einen Sturzpolster hat er keinen Sturzpolster ja und wenn ich das nicht richtig los fahnd größt und ist doch mal hoch und mit einem Platz dafür verschieben in Baden-Württemberg 9 Kempel und ich bin zu weit weg die Wahl ich habe kein guter Glück ich habe mit dem Team abrufen wir es haben zu mehr an der Ausstattung größte den Raum die Stiftung ich muss schon ich kann nur von der anderen und ich kann mich nicht mehr leisten noch Geld nach dem Runde kann ich noch passieren ich hab's hier in Tina Bogen und ähm... Leute, ganz ehrlich, wir spielen die Runde normal, okay? Äh, noch ein Mad-Kips ein. Danke. Ja, wir gehen noch klein zu Zona. Das Mammut hat eine geile Loot-TNT- Tina Bogen. Ah, er... Ah, er... Ja, ich weiß. Weil ich hab' glaube, ich hab' mir bei uns geipzig, deswegen hab' ich den Lied mitgenommen. Ich hab' drei Kills, wie so auch immer, ich wollte nur die Leute beseitigen, aber drei Kills, ja. Und ich hab' fünf Kills. Kohl's, ich hab' nicht... das kann ich den Lacken gehen, ich hab' nicht zu machen. Mütlich. Mütlich. Scha... Scha... zu den 100... Kommentaren... Ach so... ...als... 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 Dampfer. Wollen wir hingehen? Nein? Eins... in ich habe die Hunderkontage gelöst noch ein paar Tage ein Jahrhundert von einem Tag dann kriegt es den wir haben gesagt nein wir gehen hier nicht hin die Gegner Pfeilte mit Raketen die letzten durch sie sich nicht nur an dass es vorfüllen soll gut genau eine Tegmann weil ich habe ich hatte noch keine Leute wir haben hier wenn wir uns hier einbauen die Gegner haben so ein Arsch Prozent irgendwann Leute wir haben gewohnt und man zu hoch und besitzt war Kona Wartemann kritisiert die Kiste die Anzahl Grünster und auch ein Mitglied auch das macht ja ein und für Hochbahn haben wir gewonnen die Wichter von allen Zona die sind alle in der Zona Kampfer gehen und die alle in die Zonen so auslachen und wir können das gewinnen also soll jetzt nicht so hoch oder hast du Schwarz-Polster 9 ich schon kommt her ich hab 6 Stück ok Pakete fliegt Banken ich muss schanzen Leute, die Gegner können nichts die geben mir Heats ich zieh mit Jumper durch Leute, ich bin da mal weg danke ich weiß gar nicht, das ist so cool, aber für mich sind die halt Basis, die ich schon länger habe Chris Kuhl hat einen zu Boden geschickt Chris Kuhl hat einen zu Boden geschickt Chris Kuhl Kuhl, Chris Kuhl, 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 Kuhl neben nur noch vier Gegner wir helfen mir Chris, ist das ist das ein Squad? Ja, natürlich aber so gut sind die überhaupt nicht ah hau gleich hau alter die können ja nur spannern nur für irgendwo einer mit blutlos Minigun der ja moin nur am spring der eine mit Rocket Launcher der andere mit oh kannst du versuchen mich zu healen in der her noch ein solo es ist ehrenlos ich will ich hasse es in nichts gegen dich ist aber fast jeder fragt mich kannst du mich holen ob ich gerade in der Pipe bin, fast jeder fragt mich das. Ich schwöre, das hat mich übelst ab, irgendwie. Mann! Was spielen wir? Creative oder noch ne Runde? Ich hab keinen Bock mehr, bevor ich mich noch mehr aufhöre, ich spiel mir jetzt lieber Creative. Es macht keinen Spaß, wir könnten so easy gewinnen, aber die Gegner können alle nur mit Minigang spielen. Du kannst gut schießen und da. Danke. Wir hätten das so easy gewonnen, aber natürlich. Man, ich kann nur mit Minigang spielen, weil er keine Pumpgarn im Inventar hat. Hä, ist der Wahnsinn 4 zu 5? Ja, keine Ahnung. Chris Kuhl ist noch drinnen. Ja, aber wir wollen Crea, wenn du nicht willst, dann kannst du ja verlassen, wir wollen Crea. Was? Was? Wovor ich mich noch mal aufhöre? Aber ich will Creative. Ich auch. Ja, mach Creative rein. Oder wir können Operation noch Outlaw spielen. Lass das spielen Creative. Okay. Ja, lass ne Runde Crea. Ach, jetzt auch weg. Lass mal Scheiße da. Hast du auffüllen oder nicht auffüllen? Nicht auffüllen. Okay. Ich komme kurz wieder. Ich hole nur was kurz zu sprechen. Kommt das schwarze Muskelkater an der Stelle. Wer für meine Muggi ist sie. Wer für meine Muggi ist sie. Meine Muggi ist sie. Da. Oh, Banana. 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 Ich will mich auch hinsetzen. Warte. Ich glaube, den Tanz habe ich auch. Ich will jetzt nicht aufhalten, das sagen, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich glaube, dass die Anja schon erwachsen ist. Ich liebe das Banana. Aber... Der ist der Küken, bitte. Küken. Also ich glaube mal, dass Anja schon erwachsen ist. Mach mal bitte auf Privat. Junge. Ich werde nicht auf Privat machen. Mach bereit. Nichts rein. Ja. Was, waren wir spielen in Korea? Lasse dann ein Game spielen. Ok mein Gott meine Halsschlafen ist so schlimm, oder? Äh, Anja, falls du den Stimmen noch schaust, ist... Sorry, falls ich dich erwachsen nannte und du nicht erwachsen bist. Ich bin nicht erwachsen. Ach so. Weil irgendwie schreibst du Sätze wie eine Erwachsene. Ja, ja. Wie alt ist das schreibende Zeitpunkt? Hallo. 300, 33. Das nicht. Dann tut's mir leid, dass ich dich erwachsen nehme. Nein, ach so. Ich kenn die, ach so. Okay, Leute, es gibt 35 Wochen, wenn es es 35 hat gewinnt. Also, es gibt einen 3. Es ist so wie Deathmatch Waffen. Äh, also... Also, das ist einfach ein... Da wäre es so, kill die Waffe auf. Okay, ja. So. So. Da bin ich ein... Ja, und das ist jetzt zufällig, was hier in der Lobby ist. Die Tresores macht so. Anja, äh, äh, kennst du nicht zufällig, äh, mit Fortnite aus? Oh, Leute? Oh, Leute? So machen eine Rede, dann mag sie mitspielen. Nicht im Buscamp, nur okay, Leute. Okay, das ist die geile Map. Und machst wenn sie nicht weitetzen. Und ich darf ja nicht weiter esken, aber ja. wer ja schon wieder einen an so man es ist schon wieder ich danke auch gar keinen nur noch nicht jetzt beitreten und schlug an macht die Gruppe auch 5 das ist nicht mehr nicht die Kaffee an das macht die Gruppe auf ja da muss es ist ein ich bin welche aber jemanden aber ich bin zu tun auch was ich bin draußen auf der Stiege völlig verfolgt jetzt bin ich wieder im Haus selbst und richtig laut ich muss raus ich komme ich weiß nicht wie draufkommt ein du darfst du mit einem ich weiß nicht nur wo ich sage ich bin tot diese Waffe ist tot hier wart ihr was hat der für einen mit dieser Waffe diese Banane alter ich suche euch mal nicht im Busch kennt mich die Bilder nicht im Busch komm mal du bist so weit auf wo ich kann was die Alters der Räume ja wo auch wenn du Busch kennst bringt es dir ja nicht wohl kannst du eine Waffenhaltung aufwerten Jungs was seid ihr ich bohren und bin tot ich bin ich bin 63 er hätte er er ist so am die hoch sind ich habe jemand er hat mir ist auch jemand richtig nah an Sonnen und jetzt haben wir es noch einmal in A an ich muss nach drüben in der Nähe von Maas und ich habe das Verstattung ich habe das mal kommen auch nicht für die ich kündig das muss man ja und ich denke ich muss sein alle ich kenne die Märchen bleibt stehen dann bleibt stehen die schlechter macht nur 80 schaden ich schreibe aus trash junge ich habe euch alle hops genommen hast du nicht das scheiß rpg schießt nicht ich habe nur eine rpg die liebte nur an ja wie lieb sie verschöpfen was war ganz gerade das hat den Köln und ich habe gekriegt z.a. Waffe okay es haben dann in einer Fassismus in einer Stunde kommt ein Kumpel an Mann Papen und Papen Wolfer 8 Kommen mehr auf den Schicht des Scheiß mehr auf den Sieg der Scheiße auf die Chine bis zum Glück der Bildschirm auch ich hab da jemanden gewohnt Latt nach! Sie lädt nicht nach was soll ich machen Scheiße hat mit Schienen abstauen das hat ein bisschen Halsschmerzen Leo er auch dann hast du schon müssen mehr und für das herrte achten nicht gerade der Hälfte noch so er habe ich in der Schöne ja ich hab den Kiel ich auch und dann haben sie wohl war im Revolver-Held Neuholl und hat sich an den direkten Headshot gegeben und du sagst du bist Revolver-Held ja Amy's True ich hab das ganze Zeit getroffen ja ich hab das noch mehr hab ne Texte glaubt ihr ich gewinn das? ich mein Gebraucher von 30 Kills so ließ doch nicht ich hab schon die Ecke direkt wie du es sind Schüsse ich schaue mal nach ich hab mal halbautomatische Snippe jetzt nach vorne hier vorne muss jemand sein ich höre ihn ja noch 50 Minuten oder ich hab mehr Revolver ja du gewinnst irgendwann hallo und die Optionale SMG so'n Scheiß scheiß doch den Ausgub ach komm du bist du One-Shot diese Klett für dich das war äh ich bin One-Hit Leo ich bin jetzt aufschlaufen mit dem Raketenwerfer damit es endlich mit Raketenwerfer zu machen ist so schwer du da ich kann mich auf die Sonnenschläge ja wie viel Leben hast du ich hatte vier HP wach kommen wie viel HP hast du jetzt so eine scheiß Waffe Leute, ihr faltet beide gegenseitig wo seid ihr? ich hab 10 HP wenn du verlierst, lache ich, sammigst du wieso? es gibt Fallschaden ich hab 10 HP Leo 5 Kamen gespielt darauf, dass es Fallschaden gibt ich hab so wenig Leben ich würde sagen, du hast gar kein Leben ich hab 20 HP ich hab 20 HP doch, danke solle ich bin jetzt die scheiß Waffen los ja mein Freund, wo bist du? mal doch nicht runter kann mach was du willst okay sollte ich höre die ganze zeit steps und ich kämpfe bei einer tür weil ich ist dax aber ich check die steps nicht und selbst wenn die mal lauter ja erkennt du mir kennt und oben erkennt oben hinter der tür nein ich bin hinter ihn ich hätte oben jünglich gleich nachgelaufen die abgeteckt wird sein ich habe es nicht wo du bist ich höre auf selbst das ist unser ich hatte dieses spiel es war mein letzter schock und ich hätte noch wohl gewünscht und hoffentlich ich habe den one-shot-raketenreifer der jetzt so one-shot macht wenigstens habe ich einen gehadshot no stop muss man dazu sagen aber hallo aber war mal ja ich hab den kill ja aber ich denke willkommen nein ich habe doppelt ist holen leute wie viel kipp als ob das doppelte von euch ist ja nicht ich habe zweimal ich habe auch zweistens der für bitte winkeln ich hab die scheiß ding warum hast du schild moin do bian ich bin gerade im live stream er warst du in meinem live stream jahle weißt du wie schild gekriegt habt wenn du jemanden kitz kriegst du 10 leben oder schilder zum durch von leber hat so und in dem wir nachher bock auf geht ja es ist so schlimm dass er jetzt verletzt dann mit dem live stream ne ne ich ich streue wahrscheinlich jetzt noch bis eine stunde 30 minuten ich stehe seit zwei stunden und will immer noch nicht aufhören ich will mir nachher geht ja weiter doch er wurde eines waren zwanzig aufrufe normal ich habe noch zufrieden und da wird man ein Wurden das war nicht hat noch so ein zweiter spielten Witz und zwar nicht der Konkurrenz haben hat doch gesagt das müssen wir jetzt ne 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 kleine 31 was ist das für eine rotzwaffel soll ich habe nicht gekriegt ich habe eine goldene desertige ich habe noch das halbautomatische rotz und ihr beide seid gleich gut ihr beide diese halbautomatische er geht mit zwei er geht mit drei groß und vier groß tipps ich bin die gehörte soll er ja auch der wappel die ich jetzt hab willst du dich nicht anfangen ja so ein bisschen ja ich bin draußen ja er trifft nur hitze aber ich krieg nur ghost hits wenigstest du kennst du sagst ja um auch so ziel ich glaube ob man dann ist noch verwendet wir arbeiten wie viel Leben hast du ich habe eine goldene star ich habe auch schon 26 und hab die banane oder eine goldene bockkampft und ich erzähle jetzt einfach hat er mir gerade erst durch dieses mini-fenster gekillt ich hab dich halt gesehen wer ist das jetzt zu spüren und schatten was machen wir als erstes drei Runden gewinnt es sei also ich werde nach oben an drei Runden jetzt hatte ich gerade auch die wir können wir eigentlich nein gehen wir nach der Runde so um so muss er hat so gut und so sehr gut für die er hat doch die vier richtig bock gegen die baukampft und das war für mich wir haben ich bin ganz unten bei der einen Stiege das Problem haben wir haben und ganz unten weil ich nicht auf alle Stiege hoch es ist aufgrund der Türwein und hat eine halbe Schnaufe von oben und wir kommen zu dir und schattet sie Papacom Papacom das hat mir nicht in der Hand also wie viel zu schauen hast du A2 ich habe noch nicht mehr nicht mehr Herr Watt hat man mehr Euro darf es man nicht haben mal ein paar was soll ich mir das auch nach oben kommen ich möchte mal einfach zu ihm kommentare haben ich habe ich habe noch eine helfe schneiden weil damit die trommelschrott sind was geht mit der ab Manni und er ist eine Art der Kumpel wieder kommt aber noch mal ins Team die Ehre ich hätte er in Bruder nun der Glock der Sonne ich bin bei dieser Treppe wird schon immer gesetzt dreimal gekriegt hat und ich habe mich nicht mehr bewegen ich konnte der Treppe war doch die falsche Treppe zu der anderen treffe habt ihr orientierung verloren ich habe dich gar nicht gesehen mein freund er hat mir ja zu er hat vorhin den borken das war ganz so geil ich hab ja auch noch was klar und schon ich hab Dosen ja endlich ist Dosenbrot wenn jemand wo bin ich denn hier was soll ich mit Dosen machen einfach Dosenbier saufen wir machen mit Fahrradfahren wenig Fleisch Hauptsache Dosenbier saufen Dosenbier saufen Dobia Dosenbier saufen Dosenbier saufen Elton Eintritt 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 Dabt Hallo Köln mich Ja ich hab Haftgranaten dafür steh ich jetzt auch töten Ja Warte kurz da kommt Johnny Eintritt 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 Warte darf ich nicht noch kurz kann ich dann mit sich auch mein Kühlkrieg Eintritt 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 Bolzenbiet Eintritt 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 Polizei Eintritt 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 Hattest du wie zum Antagern Tempel Mascowa 2 Eintritt 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 Ob wir beide eine scheiß Rakete machen? Dobian, warte noch. Ich muss noch was machen. Freakil für wen? Danke. Dobian? Ehm, bros? Ich und Dobian verlassen. Party. Okay. Okay. Like noch alle den Stream und abonniert bei ihm. Danke, Ehremann. Jetzt kommt eigentlich dein Part. Jolly? Nein. Nur noch wir beide. Nur noch du. Wieso? Ich hab dich tötet. Ich hab nur noch eine, ich hab zehn, hab hier, hab nach vorne. Jawohl, ich hab noch Raketenwerfer. Raketenwerfer, 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 Jolly ist gleich null damage. Wo bist du? Oh, ähm, außen. Ich auch. Ich bin... Hallo! 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 Thank you! Ich hab' einen Scheiß-Rack. Ey, drei Zuschauer-Bigger. Man streamen so immer noch. Schreibt mal was. Hey, Leute! Ist so langweilig. Schreibt mal was. Ja, frag vielleicht mal den Zuschauer mitspielen. Ja, ihr könnt mitspielen, wenn ihr wollt. Kommt einfach mal euren Epic-Namen und ich hab' überledigt euch. Jolly, es hat wirklich Platz. Jolly, wo bist du? Oh, ich hör' dich. Ich bin bald. Ich hör' dich auch. Ich bin bald. Oh, du dreckiger. Ja. Ich komm' hier nicht raus. Ich komm' hier nicht raus. Du dreckiger. Jolly, ich hab' nach Apone. Jolly, ich hab' nach Apone. Ja, ich hab' nach Apone. Komm' da raus. Ich bin bei der Lastwagen. Ich bin bei derhafte Autor. Ich hab' einer Apone. Oh. Und zwanzigadeRegion. Jolly, wieviel Leben hast du auch? auch ich hatte 20 Schild so war ich hab mich zweimal gekült und nie leben verloren Kuhl 3 zu 2 2 3 und das 5 wir machen als den 1 und 3 Kumpel Lastwagen und aber man darf schon Schimpf und ich habe nirgendwo stehen ist gelobens stehen geblieben dann können wir von Schnauermbrust ja 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 gut und ich kann auch Geld getroffen ja mein Gott ich bin ich möchte ich niemals treffen mit ich musste nachladen sein verheiratet ich hätte es nicht richtig lieben jetzt habe ich in den in sie wollen die jahre was für den Markt kommt Warten die Gegner wollen noch was was schwarzen ich habe dann ein die Wiese ich bin im Laster es ist genau so wie es handelt getötet du wirst mich in Ruhe lassen man kann eine Last reinhauen ich mach Werbung ich mach aus der Schildrehe ja ja du ehrenlos als Kanzler hier ist es nicht geschossen und Bogen haben du hast nur gekämpft und Bord Spaß hast du 100 zu leben ja ja okay nein du bist dann auch d ich hab gewonnen Nö Maupen ist die Kläfte da Kappert das war ein Wien hat einfach schon in der ersten Halbstunde von weißt du was er die ganze Zeit machen wollte während du die Armbrust gehabt hast du aber nur auf mich schießt das machen wenn du verfehlst dann habe ich dir einfach schon hat aber genau in dem Moment wo ich mich gebückt habe das war das beste in den neuen ich hab so Bock für Koppelsbruch 3 Wauwund ist allein ja ich bin ich bin ich nicht schon zu das war nicht so groß hat aber so nicht hat wird so und schon was kommt zwei Leute zu und noch etwas vielleicht sind sie nicht angemeldet und für einfach den Kommentar haben von der Stadt ganz schlecht die heute das Geld schnell vergessen oder oder sollte das ist auch das ist auch ein Bildschirm das Bild jeder Wunsch Hauptstadt Kassierke aber sagt das nicht meinen Clan Hallo Band Wollen wir ohne Mühe machen oder nicht? Mit Keeling oder ohne? Mit. Aber sag das nicht, meine Clan, dass du mich gerade hops nimmst. Wieso? Dann ist mein Clan sauer. Ey, soll ich auch einen Clan gründen? Da kann meine Community sein. Junge, wo bist du? Es ist nicht so dreckig. Affiliate Achamos... Youri, its fitz in ich wusste schon immer was ich wusste schon immer dass ein solcher Lachdorfer Lachdorfer hat und war aus ich habe alle passt auf 750 und schenken auf sie mich an heute kann so ist das mehr er die Teil auf die Scheiße erledigt nicht auch so kommen dann ist wir haben wir alle von dort stehen noch alle von sehen 20 20 geht und wir können uns kein einziges Mal gewinnen was wird mir dass sie es hießen zwar jetzt mal im Bett etwas bekommen ohne recht kann aber die sie sich verlängert vielleicht bekommst du jetzt noch 80 jahre mit dem Monat ja und ich sie sich jetzt verfolgt der Katze mal im ich kann nicht in den Tieren das könnte das kann der zelt bezeugen ja und ich hab den zwei Hühnerer gerückt ja das werden wenn du mir dann kaufst dann können wir wieder aufgaben zusammen machen die Leve die du sozusagen jetzt nicht kriegst weil du vielfass wirst werden sie dann gut geschrieben die krieg ich dann direkt drauf ja ich wusste schon immer dass du ein Worte hast Junge ich hasse Leute die nur spielen ok Spaß du liebst sie gleich wie die Wackelkolling und soll es sich wackelkolling können mit dem ich bin nervös ich weiß gerade auch Joutube's Thema Junge ja okay regt sich ja soviel zum Thema ich gewinne keine Runde jetzt habe ich mal den Biesten-Modaktien ich habe erst einmal kinderfreundlich spielen müssen wir müssen haben sein Eltern nicht beschlagen ich bin geliebt ich bin geliebt ich komme zu dir mein Freund wer sagt dass ich dich nicht tippe oh hau muss gut sein für die Klicks 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 Wala beruhigt das wanderte online ich muss jetzt gleich auf meine Mutti gar nicht so ja genau oder habra ja ich habe ein haupt 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 Ich sag's so aim was activated und sag's mal ein Hä? Ich hab's meine Fische gegessen Wieso hast du jetzt LK im Buster? Ich hab immer schon LK geheißen Nein, nein, IK Nein, ich hab immer LK geheißen Ach so Junge, äh Junge, wie viel hältst du denn aus? Nun, ich hab's jetzt so dreckig von Zorn Ey, meine Treppe Wie viel Leben hast du? Oh Wo? Und hat 5-Finger-Headshot Ach komm Ja genau, es stinkt meine Gosen Oder Habla Ist da denn eigentlich ein, oder? Was? Du Ich habe nur meinen Dialekt gesprochen Mein Freund make my car Get out of my car Aim is wieder da Aim is on point Aim is on point Aim is on point Aim is on point at low點 Aim is not on point Ich muss mal versuchen! Get out of my car! Shit on! Kleines Bärmer Wilslett aber ein kleines das ist ja alles ich habe keine Halsschmerzen mehr ich gebe dir ohne zu füllen in Hedges ich hatte ein hp 1 0 ob es sich nicht so von der Masse nach unten in der Tat haben es gut und zwei Leute zu haben niemand wird einfach nur heilig die Autoppa kam im ist noch ein bäint nämlich müssen man haben zu erinnern das war ein bisschen greift es jetzt zu lernen das ist schloss das wird zu prägen es bleibt ja einfach okay Koppel das so wirklich Koppel die Spiegel Antwerpen und Emi Sonntag Blitzkürz und Schleswig-Holstein und treibt es nicht mal an Ich habe 185 Leben. Ich habe deinen Kopf geführt. Dreckiger, Dreckiger. Was denn? Wie auf einmal aufgelistiert. Lass mich. Schreibt mal alle Hashtag, Dreckiger, Dreckiger, Dreckiger. Ich habe den Aim-Bot. Aim-Bot activated. No Bock auf Aim-Bot. My Aim-A-Sistant had no Bock. Oh, ho, 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 ho. Ich habe dich hochgenommen. Ich habe dich so hochgenommen, dass deine Mutter adoptieren kann. Hans. Okay, nix gegen deine Mutter. Oh, oh, mein Kopf. Jolly, weiß so, wie viele sind. 3. 11. Das interessiert mich eher weniger, wenn ich sage an dieser Stelle. Junge. Ich habe auch so gesehen, wenn Mini geworfen worden. Er klaut sich meinen Mini-Digger. Wie viele Schild hast du? Ich habe mir einen Flossen. Ich habe mich zu töten. 180er Headshot. Besonders einfach den Headshot. Ich habe mich zu töten. Ich habe mich zu töten. Oh nein. Uff. �-M semi-Miniiiiiieß! Ich habe 1H bill. Ich hätte 2H b-W stun, fuck. Ich bin echt 1H-Spiel. Ab,ㅋㅋ 1H-Spiel,, mein mini-Ici-'s! Ich habe hinter dir was geschenkt für dich geworfen. hat er denn jetzt erst vergessen auch so weiter sollen weil ich gelingen gelassen ich habe liegen gelassen hast du gehört das sind alles meine Minis was zu weit von der Sitzung 30 sie warte kurz und auf war jetzt bin ich ja genau auch haben ich bin gerade ich bin über 120 kommentare geht nicht weiter ich bin das kommt nicht mehr ich gucke ich bin noch weiter mädchen kann ich bin verletzt ich bin aber ich muss auch auf ihrem Haus die Eltern um was contacted und in this und 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 tschüss Wow, der Typ wurde mal Comfet, geht's bei 120, ich denk's echt nicht mehr, ich muss mal kurz Account witzeln. Wie, was ich jetzt so, ich bin pictures acontecer, ich habe schon was, man dreht sich mal, aber, was ich ED2V 10, ich denke, das ist david demais, auf der damaging den站 Attachigkeit verbunden, hat bin ich mir überfügbar sudden, einfach mehr wie es ist, ich dachte, aber ich komme schon sehr, ich denke, was ich идет, was ich Leute, ich habe nur ein kleines technisches Problem behoben. Ich rufe kurz meine Beine. Ich rufe 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 meine Beine. die Man kann diesen Modus einfach nur mit Freunden gewinnen. Das weiß jeder, weil die Teammates randoms einfach nur botzen. Es gibt Bots hier, es gibt immer Bots. Windows Leute gewinnen dann immer nur, weil sie keine random Teammates haben. Oh mein süße kleine Katzen strechen. Leute, ich glaube mal ich beende den Spiel. Ja, ich hab genug bestellt. Habt ihr euch gefallen? Was macht ihr da und so? Ich hoffe mal, dass ich irgendwann mal wieder was aus erschaffen werde. Diese Modus hier einfach. Und diese Skins, Alter. Guck mal, das hier. Sie fühlen mir um. Diese Skins. Ich würde sagen, wir sehen uns dann anders und dann muss ich kurz benutzen. diese Makern. Ich würde sagen, dann geht's Ohh. Untertitelung des ZDF, 2020